Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freund des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute habe ich kein Set im Hintergrund, sondern eine kleine Mock-Kreation, ein Speedbild davon, und zwar von einem Lichterbogen oder wie man im Erzgebirge sagen würde, ein Schwibbogen. Denn ich möchte euch heute gar nicht so viel Zeit stehlen, denn die Zeit solltet ihr ja heute mit euren Lieben verbringen und auch mit den Menschen, mit denen ihr einfach gerne den heiligen Abend verbringen wollt. Ich hoffe natürlich, dass das möglich ist bei euch. Deshalb fasse ich mich auch kurz. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Heiligabend, zwei schöne und besinnliche Feiertage und natürlich an die Leute, die dann nächste Woche in den Zwischentagen auch Urlaub haben, eine schöne Urlaubszeit. Langsam geht das Jahr zu Ende. Lasst uns zusammen nochmal die letzten Tage von 2022 genießen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Heiligabend. Bleibt gesund, haut rein, euer Valleybrick. Get's Dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.